Mein Auslandssemester hat mir persönlich wie auch fürs Studium viel gebracht. Persönlich habe ich Freunde aus aller Welt gefunden und konnte auch über mich selbst hinauswachsen, über Probleme, wo ich vorher nie gedacht hätte, dass ich sie packe. Eines der schönsten Erlebnisse in meinem Auslandssemester war, als ich im Hostel war und sah, wie ganz viele verschiedene Nationen plötzlich an einem Tisch saßen und keiner darüber nachdenkt, woher der andere eigentlich kommt, sondern es ging unkompliziert und ich habe mir in dem Moment eigentlich gewünscht, dass die ganze Welt sich so zusammensetzen würde und so die Zukunft gestalten würde. Im Auslandssemester könnt ihr wie kaum irgendwo ein komplett anderes Leben ausprobieren. In einem neuen Land, mit neuen Freunden und das auch noch in einer fremden Sprache. Es gibt wenig, was ihr falsch machen könnt, aber viel zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.